Das nächste Video ist Rated P Immer nicht Ja du Kackela Weißte, ich bau da zwei Blöcke ab, wo Erde geigen soll ne und was Tonni Hühner stürmen erstmal auf das Loch zu Ja ich weiß, das hab ich die ganze Zeit Ach du, Leute, lol Das sind richtig Erde Nee, das hab ich gefunden, die weg hier War da weg, war da weg Das geht nicht, das ist in den Boden gepackt Ah, jetzt ist es wieder da die dias die hier sind sind meine wo sind die dias ist einer das muss ich war das nicht ich war alter wer hat an baum gesetzt alter wörschel das war ich nicht nur lukas nur der erste die erheben wäre schon bereit ja die erheben dann gibt ihn mir mal mit ihr haben wir haben wir haben fünf die erst mal ich damit ja hat fabian das ist ein solch durch den gang jetzt durchbauen warte was du willst gute nachrichten jetzt können wir alle bettel bettel das war knapp was was auf und rechts neben dem block den ich kaputt gemacht habe ist lava aber so dass er nicht hier reinkommt noch mal kurz bis hier und sagen also wie stehen die wetten karsten verbrennt in lava schnell zugemacht das war noch ein unglück passiert oder sowas natürlich nichts schönes aber fälle passieren ich gehe mal zu niklas ich gehe zwei rechts neben niklas rein da was sagt ihr kein ob die feinen und 202 frames so schön oft bei dir läuft probier wunderbar dass auf der maschine nicht laufen würde diese ecke hier sehr professionell aus werde ich jetzt gierig ja lass mal ist schon wieder ein riss ich komme auch mal wieder nach unten diese richtung hier hi carsten hi es geht irgendwo hier ist ein slime leute das war gerade gewagt du wolltest da durchgehen oder ja aufpassen ich komme um ein schlaf brauche ich noch hi party ja so ich würde gerne weiter buddeln ich dachte wir machen jetzt erstmal party so ich hoffe wir weiter machen dann schmeiß die disco kugel an ja warte ich mach mal guck mal lass mal nachher eine bauen die wollte ohne scheiß eine disco kugel bauen in anführungszeichen hallo creeper ich bin der creeper ich stehe da vor dem loch oh mein gott hab ich gesehen ich bin ein creeper oh was ist das ach das ist nur heißen oh was ist das kann man das anfassen bumm es wird dunkel es wird dunkel da ist voll die höhle ey kassinchen 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 wie kassinchen äh ich bin hinter dir hast du tatsächlich eine schaufel für mich ja da ist der creeper ah hier ist auch eine oceanische verbindung oh du wächst das war voll süß von dir ok ich muss mich irgendwo einbuddeln oh dias wuuu 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 jetzt können wir gleich wieder eine party feiern lol Carsten ich kann keine chat-matchen zu setzen party wuuu warum nicht weiß ich nicht wuuu 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 ja hier sind dias sag mal jemand bescheid wenn es wieder tag wird es wird grad nach ich hab mir grad einen spaß draus gemacht äh den creeper noch in die lava zu schubsen ich hab eisen cool Leute ich kann keine chat-matchen zu setzen ja brauchst du doch auch grad nicht ich wollte hi schreiben und steht ja das brauchst du doch gar nicht wir sind im ters du spacken es ist doch voll egal äh ich bin gleich bei euch Carsten ja niklas kleiner tipp bau nicht weiter voraus kommt lava oder riss oder alles äh lucas aufpassen du kannst du ruhig weiterbauen ich hab keine ahnung wieso wenn du lust hast kannst du gerne weiterbauen was kommt denn da äh du brauchst cobblestone oh dias aufpassen mach mal den block unter dir noch kaputt ja lass mich mal hier eben durch gib mal alle beiseite bitte ich hab ne eisenmischung sehr schön Carsten komm mal ich zeig dir was dir grault wenn hier äh auch da bist du ja komm wir komm wir komm wir jetzt auch mal ne eisenmischung das hake leute ne äh das waren jetzt auch 5 wenn wir jetzt 10 geh dann was passiert wir gleich mal ne eisenmischung oh gott ja ok ich will weg tschüssi pass bei der erzfeind lukas wir haben noch 2 wir haben noch 2 wir brauchen Carsten komm und her da bist du ja was ist ich wollte jetzt nämlich wieder hoch ah sehr schön dann gib mal material mit ich brenne das eben alles äh äh warte ja ich kann dir noch mal ein bisschen dreck mit geben äh so ah ich hab ne seh ich bin oben ich bin oben Niklas ja wollen wir dann ne wendung nach rechts machen also hier rechts können wir machen ok äh ich buddel dann hier obwohl warte mal du buddelst hier direkt geradeaus dann buddel ich hier ok ich hab jetzt übrigens ein Lager fertig ich bin mit einem Lager na du auch ich bin mit einem Lager alter das ist so scheiße ey komm nochmal zurück zu dem Riss Leute warum sollen wir zum Riss welchen Weg überhaupt hey hier sind Diamanten lava dein Ernst Alter ich dachte eben welcher schwarze Mann kommt mir in Dauer zugegen ey ein kleiner Ender ey du Rassist Leute ich hab auch sie die angefunden warte mal eben aber wir können das Spiel glaub wir gießen das wieder oder ja ah ouch oh ich bin hier weg Lukas hat noch 100 ja weißt was ich hab mich beim Riss rüber gebaut ich guck in die Ecke kommt ein Kripp und ein Skelett an oh tja das ist mal gewagt ja und dann hatte ich wieder den scheiß Mausback dass meine Maus äh äh wasser 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 ja dachte ich auch gerade alter das ist so schon das wäre lava oder wie äh dachtest du schon das wäre lava ja irgendwie schon ja Wasser und Lava ist doch schon fast dasselbe ne ne forbi was Wasser und Lava das ist fast dasselbe ja Leute aufpassen ich bin hier ich komm jetzt hier mal zu euch Leute so Leute wie viele Dias hast du gefunden Carsten ich hab rüber Fische gefunden Carsten kannst du mir mal gehen ich geh nach oben ich geh nach oben ich geh mal kurz nach oben doch was ich verarschen was hat das Ding nein Silberfische wirklich hab ich noch nicht ja ok weil wir schon fast gedacht haben das heißt wir haben jetzt mit den Dias ne nice wenn jetzt noch einmal Dias dann haben wir schon Brust und Hose 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 so ey Kuri ich hab ein Lager übrigens ne ok warte ich komm mir das gleich an Tja leute 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 ich hab Dias äh wir haben auch schon glaubt 12 Dias gefunden oder 13 Dias ich hab keine Dias Wollde ich noch fragen hier hier ich hab mal ne Hümmchen im Prinzip hier geh dich nicht Carsten willst du irgendwas von oben haben ich weiß auch nicht mal wo da ne Hühner sind ähm über ne Rüstung wär ich sehr erfreut aber sowas haben wir glaub ich noch nicht Carsten wenn er dir die 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 Rüstung machst kann ich dir ein Stück von meiner eigenen Rüstung geben muss ich noch gar nicht also ist er noch laut also ist er noch laut hier sind übrigens so ein paar Thronen hier an der Seite und Carsten willst du sonst irgendwas anderes noch haben hier sind auch so ein paar Sachen wo komm man eigentlich wieder nach oben nö wo du aus ich hab keine Ahnung hast du dich schon geproppen lassen ja richtig Hardcore Alter ich hab grad keine Dias hier also zwar Dias Name was ich bin hier auch nur ohne äh zu überlegen reingehen hi wie findest du mein Lager ähh gar nicht noch ja hab's gefunden sehr schön überlegen ob ich alles aus Holz mache zu überlegen ob ich alles aus Holz mache nö Niklas gefangen sind die Dias eigentlich oben an der Oberfläche Japp also wir haben jetzt 14 Dias sehe ich das richtig Japp wir voll danach giert ja baut denn da brauchen eine Hände kann ich noch machen äh ja dann muss man ja dann muss man gehen da wird die Eier in der Wand klatschen ja noch mal und das macht Helmholtz und die Nrl-Fakt draußen so um noch das sind leute ich glaube ich bin eher großartig ich habe noch 67 Herzen und sieben 67 Leben noch Den ersten goldenen Apfel hatte Antje schon. Ja? Hm, genau. Ja, es ist alles wieder gut, Antje. Der Fehler von Carson ist weg. Deiner ist immer noch da. Der Fehler von mir? Okay, es war auch ein bisschen meine Schuld. Okay? Ja, es war sowieso bei mir auch deine Schuld. Lass mal gleich hier umbauen. Mit etwas Glück habe ich das auch aufgenommen. Warum war das meine? Nein, ich stehe da, ich gucke nach der Kohle, will die gerade abbauen. Und dann läuft da jemand durchs Bild. Aber Niklas, ganz zu Anfang wärst du mir auch fast in den Schlag gelaufen. Ich bin Carson in den Schlag gelaufen. Ja, das gebe ich auch zu. Und ich stand da schon irgendwie 10 Sekunden oder so. Ja, ich habe auf die Kohle geguckt. Oh, Kohle. Und will sie gerade abbauen. Warte, was habe ich dir jetzt gegeben? Denk mal bitte an. Den Helm. Und was noch? Äh, nicht. Doch, ich habe dir zwei Sachen gegeben. Nö. Bar schmeckt nicht. Wenn ihr euch fragt, wo die Kohle ist, äh, die ist irgendwie cool. Danke, mir fehlt noch ein Helm. Alter, duro, ich hätte dich gerade fast geschlagen, weil du hinter dem Baum standest. Und ich habe den ja auch... Dias, ich habe Dias gefunden. Nice. Wo bist du? Wie viele? Ich habe Eisenspitzler dabei. Achso. Ich kann die selbst davon. Oh, noch, äh, alles gut. Ja, warte mal. Geht los. Hier ist ja der Graben. Ähm, finde ich praktisch. So, Leute, ich will mir mal kurz das zu tränken. Ja. Ja, werden auch nicht mehr. Nee, schade, Bauch, ne? Ja. So. Loll. Warte, wo bist du? Jetzt, ich habe keine Dias. Boah! Nee, einfach nur, wo du bist. Unten im Schlittmann-Gang. Koordinaten willst du hier haben? Was ist los für euch? Oh, profiterisch will ich nicht leben. Nein. Auf dem Dach sind Spinnen. Bei den Bäumen. Seid ihr verrückt? Das ist natürlich scheiße. Ich bin da hoch, ich habe extra so ein Ding gebaut. Die Bäume werfen Schatten. Ja. Auf dem Baum ist eine Spinne gespawnt. Habe ich gar nicht richtig, Alter. Das geht gar nicht. Hast du Spinnen? Das ist so, das ist so, das ist so, das muss ich auch mal eben. Die hast, die hast du. Jawohl. Was ist das? Ich zähle mal nach. Ich habe aber keine Eifenspensache. Zwei auf jeden Fall. Obwohl das keine Eifenspensache. Jetzt müssen Sie natürlich wissen, wo Virtual ist, dann kann ich immer hin eiern. Bei eben. Also, bis jetzt schon mal. Ja, Carsten. Jo. Ja, kommt noch mal runter. Warte, so. Ja, was gibt's? Ich habe hier was für dich. Guck mal her. Guck mal her. Ich glaube, es sind nur zwei Stück, aber trotzdem die aus. Oh, nice. Gigi. Bitteschön. Drei? Drei? Jetzt muss ich zu Virtual. Drei sind schon mal. Was ist einer, wo Virtual ist? Virtual bist du hier unten auch beim Strippman? Ja, du Strippman. Ich bin ja quer durch die Parking ja durch. Echt am Strippen. Ich weiß ja noch nicht mal der Name, ey. Ja, ich zeige dir gleich mal meine Koordinaten. Ich weiß. Ja, es sind drei Dias. Also, Koordinaten sind 313 und 154. Nein, 113. Okay. Was? Also, es muss in die Richtung hier. Ja, es klappt 200 Blöcke von mir entfernen. Okay, ich warte am besten, dass ich Virtuals gebe, bis er wieder oben ist, irgendwo. Ja. Warte, wie viel hattest du jetzt Virtual? Ich gucke an Ende des Ganges und dann sehe ich, wie da hinten jemand steht. Am Ende des Ganges. Ja, genau. Und wer stand da? Ja, ich keine Ahnung, ich sehe nur so eine Schattenfigur. Das wäre das seltsame. No, das ist gay. Ich gucke. Vielen Dank.